Musik Oh, guten Abend Kobold Marki, warum bist du denn noch wach? Oh je, du kannst nicht schlafen? Was kann man da nur tun? Ich hab's, du brauchst ein Schlaflied, dann kannst du schön einschlafen. Komm, wir finden bestimmt einen Freund, der dir ein Schlaflied vorsingt. Hallo, Bär, wach auf! Bär, entschuldige, dass wir dich aufwecken. Könntest du vielleicht ein Schlaflied singen für die armen Kleine? Was ist denn mit dem Bär los? Vielleicht hat er schlecht geträumt? Dann fragen wir eben einen anderen Freund. Musik Hase, wach mal auf, wir müssen dich was fragen. Lieber Hase, könntest du vielleicht ein Schlaflied singen für den Armen Kleine? Was haben die denn bloß? Hallo, ihr lieben Tiere. Wollt ihr vielleicht ein Schlaflied singen für den Armen? Wovor habt ihr eigentlich so Angst? Ihr habt Angst vor dem Ungeheuer im Dunklen? Kobold Marki, passt auf, da ist ein Ungeheuer im Dunklen. Ach, das ist euer Ungeheuer? Aber das ist doch bloß der Kobold Marki. Der Kobold Marki hat doch nur jemanden gesucht, der ihm ein Schlaflied singt. Armer kleiner Kobold Marki, wie kannst du jetzt nach der ganzen Aufregung schlafen? Schlaflied! Armer kleinerточ zu diesem Parmalen? Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020